Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das Samsung GQ43QN90CATXZG Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 43 Zoll, Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 120 Hertz. Quantum Matrix Technologie Dank der Quantum Matrix Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildweiten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum Mini-LEDs mit größtmöglicher Genauigkeit ansteuert. Neural Quantum Processor 4K Mit dem Neural Quantum Processor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K-AI-Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren. Minimierte Reflexionen Die Anti-Reflex-Beschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder Serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnis kommst. Die Farbe des Fernsehers ist schwarz und carbonsilber. Er wiegt 13,38 kg und hat die folgenden Abmessungen. 96,012 cm in der Breite, 55,88 cm in der Höhe und 2,794 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 83 kWh pro Jahr. Neo Slim Design Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. 2x USB 2.0 1x Ethernet RJ45 4x HDMI 2.1 1x Satellite in Main F-Type Female 1x Satellite in Sub F-Type Female 1x Optical Audio Out 1x CL Plus 1.4 Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.2 Wireless Dex Wireless TV On Wired TV On Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkilosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über iArc an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos Die neuen Samsung Top Channel Lautsprecher bringen das Dolby Atmos Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Smart Hub Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird dein Fernseherlebnis optimiert. Je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Damit ist unser Test der Samsung GQ43QR90CATXZG Fernseher nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin! Bis dahin! Vielen Dank.